Moin und herzlich willkommen auf meinem Kanal Cavi Let's Play. Schön, dass du eingeschaltet hast zu einer neuen entspannten Runde der Emergency 5, die Wuppertal Mod bei der nächsten Schicht. Wir haben die Nachtschicht. Ja, wir sind, den mache ich, wir spielen zusammen mit dem Timo. Hi Timo. Anstrengung, du hier. Ich weiß gerade schon. Wo ist mein Doktorauto hin? Bin bereit. Sofort. Ja, der fährt einmal durch die Stadt. Dort immer ein bisschen mehr, aber macht nichts. Ja, wenn auch du neu auf meinem Kanal bist, lasst doch gerne ein Abo da und bewertet gerne das Video und für Anregungen, Fragen immer gerne in die Kommentare. Ich beantworte alle Fragen. Oh, sehr schön. Gucken wir mal, was die Nachtschicht zu bringt. Ich bin gespannt. Komm mal bei mir. Jo, bei der. Das ist geil. Der Pkw-Brand oder was? Ja, Innenbeleuchtung der Gerätefächer geht sogar. Jo, das ist nice. Ja, das mag ich relativ gerne hier bei dem Game. Du hast hier relativ viele Möglichkeiten. Wie gesagt, ich bin auch absolut gespannt, was bei der 9.4er Version kommt, die ja irgendwann veröffentlicht wird. Wann ist so, man erfährt es erst dann, wenn sie rauskommt. Damit müssen wir leben und damit können wir gut leben. Wir sind einfach gehypt und freuen uns. Das kribbelt in den Fingern, die 9.4er zu spielen. Aber da müssen wir warten, weil wir wollen ja geile Spielerlebnisse haben. Also wir haben so schon geile Spielerlebnisse. Aber ich bin auch auf die Features gespannt, sag ich ganz ehrlich. Was wird es geben? Welche Features kommen? Da bin ich safe mal gespannt wie ein Flitzerbogen. Oh, jetzt hat sich mein Band ausgebritet. Ja, machen wir eben mit. Schnellangriff. Ist so. Ich bin einfach nur so geschützt. Ja, Mülleimerband. Der auf den Baum übergegriffen hat. Easy. Gut, dann ist ja nicht. Ist ja nicht gut. Ja, da brauchen wir maximal setze ich gleich nochmal einen Verteiler. Aber das wäre auch wirklich... Ja, ich setze nochmal einen Verteiler. Ich setze jetzt nochmal einen Verteiler. Ja, die sollen ja auch keine Langeweile haben, die Jungs. Wo oben stehen denn deine ganzen Autos? Boah, stehen immer noch da? Hier, HLF 1, 1, DLK. Yo, ich hab die aber eben reingehört. 2, 1. Oh, tatsächlich. HLF 2, 2. Nicht. Das kann ich nicht benutzen. Warte mal, irgendwas. Ich muss die echt raus... Boah, das ist aber ärgerlich. Wenn ich die jetzt gerade rauskomme. Die Drehspiegel bei den Fahrzeugen finde ich auch geil. Äh, remove. Clink. Clink. Und zack. So, jetzt habe ich die Fahrzeuge weg. Die Drehleiter fährt rein. Ja, machen wir was hier aus. Dann ist gut. Lass mal auf dem Begrade sein, ne? Haben wir. Aber hier, der Schnelleingriff ist ein S-Schlauch, glaube ich, ne? Ja. Guck mal hier, schön detailliert ein. Mit den PAs, das ist, äh, Sprungretter, oder Sprungpolster, SP, ja. Richtig geil. Sagen wir mal, das vorwiegende Fahrzeug, was du draußen hast. Ja. Ist das... HLF oder ein LF? Das... Ist ein HLF. Okay, gut. Hat Schere-Spreizer drin. Obwohl, ne. Löschgruppenfahrzeug. Ist nämlich... Ist nämlich ein echtes Löschgruppenfahrzeug. Ist auch ein Löschgruppenfahrzeug. Hat aber Schere-Spreizer, äh, auf den Bildern auch. Das kann aber sein, dass das... Weil wir haben ja auch ein LF-Brand auf der Woche. Das hat aber auch Schere-Spreizer-Buff. Okay, ich, äh, mach den H5-Band-1. Oh, wir haben die Hitzewelle. Ah, deshalb, ich fahre nämlich jetzt gerade die Hitzewelle an. Ja, ich, äh, fahre die Not, äh, die Notfalleinsätze alle an. Jawohl. Ich kümmere mich erstmal komplett um die Notfälle. Wenn du bei der Brandausfall, wenn du bei den Bränden Unterstützung brauchst... Da brauche ich definitiv Unterstützung. So, erstmal fahre ich mal die ganzen Notfälle an. Oh, ist natürlich richtig Hardcore jetzt. Dann glaube ich, jetzt nicht gerechnet, wenn wir hier wieder eine Hitzewelle haben. So, warte. Ich habe jetzt alle Löschverzöcke auf Achse außer 1. Jawohl. Jawohl, das hört nicht auf. Ey, mitten in der Nacht hier. Oh, wey. Ah, wir haben ja auch. Ich gehe mal oben Süd-Ost. Ich gehe mal in den Süden hoch. Machst du das mit deinen Autos, oder? Ja, ich mache hier ganz oben rechts in der Ecke, die Fahrze, die Fahrze, die Fahrze. Ich habe jetzt, die zwei habe ich komplett jetzt draußen. Ich habe jetzt nur zwei Elefs, glaube ich, sind das. Ja, alles gut. Ich habe zwei Elefs jetzt noch. Also... Ja, damit haben wir den Ausnahmezustand natürlich, logisch. Der ist definitiv jetzt wieder ausgerufen. Ich bin dabei. Ähm... Was sehe ich hier noch? Noch ein PKI, ey, ey. Was hat denn? Noch ein PKI gebrand? Ich habe jetzt mein letztes Elef, ist raus. Ich habe kein Elef mehr. Ja. Ich habe schon Buchholzbrust, bin mir. Bin dabei. Ich sehe nur gerade meine Rappungsmittel alle. Bin bereit. Okay. Höre. Bin dabei. Warum fängst du nicht an zu löschen? Ich? Nein, ja, ja. Kollege. Wir haben zum Glück nicht so viele Verletzte. Junge. Bei deinem PKI-Brand ist noch ein großer Weibbrand. Oh, ich weiß. Ich schicke ich jetzt auch mal Gottes. Mann. Ja, so schnell geht's. Äh... Wir haben eine Hitzewelle. Das, ähm... Bin bereit. Ähm... Ist in Arbeit. So, ich kämpfe erst mal. Ich... Boah, ich leih mir eigentlich mehr oder weniger noch mal das MTF von der Polizei. Bin dabei. Äh... Jetzt bringt mich jetzt sonst nicht weiter. Bin bereit. In Ordnung. Abtransportieren. Ja. Jawohl. Ja. Okay. Ich ziehe weitere Kräfte zum Weltbrand mir hin. Ja. Ich mache jetzt mit dem S vor. Ich glaube, das sollte ja eigentlich gehen. Okay. Ja? Bin bereit. Ja, komm, jagt da mal den Werfer eben drauf. Ja? Warte, ja. Bin bereit. Zu Befehlen. Ja? Wird gemacht. Was gibt's? Wird gemacht. Höre. Verstand? Oh, muss ich sonst irgendwie hier was abschleppen? Okay. Erwarte Befehle. Ja? Sovon. Ich habe meine zwei Schlepper bestellt. Was gibt's? Zu Befehl. Höre. War ja schon gut, dass du da leist. Ja, bei mir sind die vorher jetzt gleich alle aus. Ich lasse die Anwärtskräfte sich auf der Waffe auffüllen. Wird gemacht. Oh, ich lasse meine jetzt auch gleich auffüllen. Der Telef leer ist dann, ist es leer. Ja. Was probiere ich denn da jetzt hier? Lalalalalalalala. Lade, lade, lade. Erwarte Befehle. Kein Problem. Löschfahrzeug. In Ordnung. Oh, Löschfahrzeug. Jetzt unterwegs. Nach zum Waldrand. Erwarte Befehle. So, die Rettungsdiensteinsätze sind alle abgearbeitet. Was gibt's? Erwarte Befehle. Wird erledigt. Über kurz Versorgung geschlagen. Zu Befehlen. Was gibt's? So, die Poll kann auch eigentlich freingeschickt werden. Also drei Fahrzeugpacks werden jetzt abgeschneppt. Von meiner Seite. Brauchst du noch Unterstützung beim Waldbrand? Du hast hier genug stehen eigentlich. Ich denke nur. Du hast hier einiges stehen. Ne, dann sparen wir die Kräfte jetzt. Ja, mach, mach, mach. Ich hab jetzt hier noch eine HLF, füll ich jetzt nur mit auf. Was rein? Kommt jetzt noch ein Löschfahrzeug als, ja, Puffer, sag ich mal. Ja. Ja, das war ja dann nochmal Glück gehabt im letzten Moment. Wie gesagt, die Patienten sind alle auf dem Weg des Abtransportes. Und die Fahrzeuge werden auch alle abgeschleppt. Eins hast du ja, drei hab ich. Ich befüll jetzt die Fahrzeuge dann eben aufwache. Ich kümmere mich. Direkt vor der Rettungswache. Der steht direkt vor der Wache. Das NEF von der Wache ist schneller als der von NRWs, ey. Das ist aber auch nicht oft. Erwarte Befehle, ist in Arbeit. Dann einrücken. Vier Löschfahrzeuge und ein TLF stehen jetzt hier. Perfekt. So, hier, hier. Weiß doch nicht, du kommst da hinten nicht dran, ey. Jetzt kommst du da hinten echt nicht dran. Ich bin am Stück. Mache ich. Ich muss sich echt mit dem einen noch hier rumfahren, ey. Und muss das doch noch einsetzen. Na ja. Können wir mich um die Lunge, das ist gar kein Problem. Das ist gar kein Problem. Ich mach das schon, überschreiben wir das. Das ist gar kein Ding. Wenn die Stöße sich jetzt hier ausbreitet, tun wir noch ein bisschen die Bäumchen kühlen. Perfekt. Perfekt. Höh. Warte mal, wo ist er? Da ist er doch. Guck mal hier, liegt dran. Guck mal hier, der kann so weit an dem Feuer ranlaufen, aber der kann ich löschen, ne? Jawohl. Hä? Erwarte Befehle. Jo, Brudi, da ist gar kein Notarzt drin. Das hier war's. Das war's ja komplett. Verstanden. Ja. Da muss der Lunggrinz jetzt erstmal vom Rettungswagen behandelt werden. Im NEF sitzt kein Notarzt drin. Ohne Stift. So, hier ist oben, der wird gar nicht abgeschleppt, sehe ich gerade. Verstanden. Hm. Ja. Hä? Ja, wenigstens. Jetzt ist das NEF da, jetzt braucht die Besatzung auch nicht mehr aussteigen. Brennt die ganze Scheiße hier oder was? Hä? Wieso kann ich denn? Junge, Junge, Mama. Wo ich denn auf eine Einheit höre? Was denn da oben? Man könnte nicht aus das Feuer. Ja, LF kommt. Ich schicke dir die Erde. Kein Problem. Kannste auch oben hinstellen, weil unten halte ich dort Feuer ins Schacht. Es geht ja wieder der Baum an, den ich vor zwei Sekunden... ...mischte. ...mischte eingrenzen. ...mischte einkreisen auf das Feuer mit deinen Clips. Ja, hatte ich ja gewusst, hatte ich auch Leitungen gelegt, Dicke. Das war's. Das mach ich sowieso immer. Die Leitungen legen. Das Feuer war ja klein, wenn das hier angefangen hat, darum... ...mischte. Ja, aber das fliegt halt in den Waldkorn. ...mischte. So, LF kommt auf jeden Fall. Ich lege jetzt auch in der Leitung, ich hab da kein Startzufall jetzt. Ja, guck mal, das sieht aber gut aus. Du hast sie gleich, du hast sie gleich geschafft. Das Feuer ist gleich aus. Wasserversorgung einmal aufbauen. Ich werd wahrscheinlich auch nur noch mal im Schnellangriff eingreifen lassen. Oh, ich denk mal, bis ich die Wasserversorgung aufgehört habe, bestimmt. Komm, jetzt ist mein LF da. Oh, Windler, LFs. Hä? Ja, da wolle ich hin. Ja, hab ich spät. Gut, ich. Ich bin spitz. Was geht's? Easy. Geht's auch nicht schlecht, ich kann... Okay. Ich kann 3 mit 0 und 1 mit einer Lakritzstange, kann ich arbeiten lassen, das ist auch geil. Bin bereit. TLF ist gleich leer. Erwarte Befehle. Boah, das TLF, das fett sind jetzt so wenig Wasser, ne? Erwarte zu Befehle. Was geht's? Oh, nicht schlecht. Was geht's? Ich bin bereit. Verstanden. Was macht ihr das noch eben? Ja. In Ordnung. Okay, die fahren jetzt rein. Jo, guck mal, wie schnell das jetzt hier geht, ne? Ja, ich hab jetzt... Ich leg nochmal... zusätzlich... Erwarte Befehle. Äh, hätte ich das gewusst vorher, hätte ich das gemacht, direkt. Ist doch beleid. Immer. Bei allen Bränden lege ich... Jetzt eben bei den PKP-Brennen hab ich's tatsächlich nicht gemacht. Aber, äh, sonst... PKP... Ja. Aber der Müll-Ton-Brand-Leicht eigentlich, das S-Rohr, normalerweise. Gut, das heißt dann, ich kann die abbauen lassen, die kann ich abbauen lassen. Du kannst deine Einheiten reinschicken. Du kannst deine Einheiten reinschicken. So. Dann wo schau'n? Ich übernehme den mal. Oder willst du den? Ich mach den eben. Okay. Das ist ein Müllbehälter. Fährt das zweite LF in. Jawohl. Mein Lieblings LF. Das HLF fährt rein, bei mir. Na perfekt. Das steht ja tatsächlich noch auf der Wache 2. Sehr geil. Boah, dann... Ich find das LF einfach geil, weil du kannst die Blitzfrequenz in echt umstellen. Das find ich halt das coole. Das hat meine ich Sensoren dran und dann, wenn das nachts ist, blinkt das schneller wie tagsüber. Na cool. Hm? Na guck mal hier. Zack. Einmal reingerotzt. Ami, Junge. Der fährt nach Müller einmal Brand auf der Wache tanken. Hat die Genehmigung auf der Wache zu tanken. Ach. Kommt drauf an. Was für ne Lage ist, dann tanke ich auch fort. Verkehrsunfall, Clem. Ich komme mit dem Rüstwagen. Und ich nehm den Rettungsdienst mit. Thomas Polizei und äh... Westliche Feuerwehr. Was sonst noch zu tun? Zu Befehl. Also ich sprich... Du bringst das HLF. Ich bring, äh... Rüstwagen und... Rettungsdienst mit. Polizei schon fährt. Der Rüstwagen ist auch jetzt hier im Moment da. Ja, wo es warm steht. Höre. Aussteigen, ihr Idiot. Ihr kommt, Herr Popp. Sofort. Was gibt's? Alles klar. Jan? Die Stelle ist zu Befehlen. Zu Befehlen. Erwarte Befehle. Alles klar. Erwarte Befehle. Erwarte Befehle. Erwarte Befehle. Ja. Auch nicht weit weg. Ja. Auch nicht rechtzeitig in den Kammer. Ich schick den LNR mal dahin. Der soll das mal abchecken. Er hat die Wecker zu schicken. Person ist schon geklappt geklappt. Perfekt. Er ist schon unterwegs. Ein Detail ist ausgeleuchtet. Ja. Wandschutz ist sichergestellt. Rüstwagen. Die Besatzung hat vielleicht mit dem Schnibbeln angefangen. Ich soll grad sagen Schnibbeln, ne? Ja. Die schneiden schon. Wo ist denn der scheiß Typ hier? Bleibt ausgeleuchtet bis... Person verbunden ist und ob da antwortiert ist. Für den BMW so geil sind jemand. Hast du schon den neuen gesehen, die die Polizei NRW schon bekommt? Nein. Sofort. Sofort soll das sein. Aber richtig hässlich. Ist manchmal so, ne? Ach ja, ich glaub die C-Max-Dinger. Ich weiß aber nicht genau. Ich glaub da war was. So, wir gucken mal hier. Was macht der Verletzte? Easy. Guck mal, die Schicht ist schon fast wieder rum. Perfekt. Guck mal, ist die Schicht schon fast rum, Alter. Die haben 5 Uhr. Letzte Schicht haben wir noch was dickes gehabt. Direkt zu Schichtende. Was gibt's? Oh, LSG voll rein. Ist in Arbeit. Gucken. Ähm. Bin bereit. Ich weiß nicht die Verletzung. Oh, der hat nen Schleudertrauma. Ja, wir machen mal Doktorbegleitung jetzt ausnahmsweise. Muss zwar beim Schleudertrauma nicht zwingen, aber... Was gibt's? Was hat er hier? Innere Blutung, da fährt auf jeden Fall der Doktor, ne? Erwarte Befehle. Jawohl. Kann ich den Brandschutz wieder reinsetzen, oder? Ja, ja. Kann rein. Schlepper kann kommen. Rüstwagen fährt jetzt auch rein. Oh, der Lichter hier... Oh, der Lichter hier... Okay, das war wohl ein Fehler. Den Rüstwagen... Das Licht nicht manuell. Ja. Manchmal hängt Bären. Ja. Muss man erstmal wissen. Lalalala. Bing. Lass ihr einen BMW mit Status 7 fahren. Ja, mach mal. Mit Sonderrichtung, ne, könnte ein bisschen schneller. Ja, das war's mit der Schicht. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Wenn ja, dass wir gerne Bewertungen da kommentieren, nicht vergessen. Und wenn du neu auf dem Kanal bist, denkbar. Abo, Grund, Daumen. Und dann verpasst ihr keine Folge mehr. Also, ich würd sagen, wen sie uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschau. Tschö, tschö. Ja, den Waldbrand wollen wir euch ja nicht verbergen. Wir haben schon ein paar Fahrzeuge geschickt und haben dann gesagt, komm, wir machen den Waldbrand. Den bekommst du auch noch zu sehen. Ja, dann jetzt viel Spaß. Einsatzpause ist aber jetzt drin. Nach dem Waldbrand ist dann tatsächlich die Folge beendet. So, wo ist mein HLF? Da ist es. Ist in Arbeit. Ist in Arbeit. Zu Befehl. So, jetzt heißt es. Ich fang, äh, ich fang jetzt erstmal mit der Menschenrettung an. Und mein Lobenführer. Zu Befehl. Wird erledigt. Zu Befehl. Zu Befehl. Wird gemacht. So, jetzt wird schon eine Wasserversorgung aufgebaut. Höre. Zu Befehl. Bin bereit. Ist in Arbeit. Erwarte Befehle. Alles klar. So. Rettungsdienst steht. Der darf nicht größer werden, der Waldbrand. Der darf sich nicht über den Weg ausbreiten. Nö, nö. Ja. Zu Befehl. Da bin ich jetzt dabei. Ich stehe ja hier hin. Tja, da steht einfach mal im Wald ein Wüterrand. Ja. Sofort. Erwarte Befehle. Kein Problem. Erwarte Befehle. Sofort. Was gibt's? Okay. Ja. Okay. Ja. So. Patientenversorgung hat begonnen. Was geht's? Oh. Ist in Arbeit. Kein Problem. Bin bereit. Ja, Sonnenaufgang würde ich schon fast behaupten. Da müssen wir jetzt nicht zwingen. Ja, da ist ein NEF ist ohne Notarzt unterwegs. Warum auch immer. War nicht schlecht. Kein Problem. Ja, hatten wir alles bestellt. Höre. Wird er lebt. Oh, der war tatsächlich nösslich gerade. In Ordnung. Erwarte Befehle. Kein Problem. Bin bereit. Wird gemacht. Bin bereit. Was gibt's? Verstand? Ja, jetzt haben wir's ganz gut eingedämmt. Steht mein Tanker nach Hause wohl. Oh, du kannst jetzt auch noch irgendwie ein paar löschen da ein bisschen. Ja. Ja. Kein Problem. Perfekt. Jetzt mal hier. Du brauchst doch nicht die ganze Zeit gammeln. Ja. Perfekt. Schick mein Tanker schon nach Hause. Ja. Mein Elf schick ich heim. Oh, jetzt kümmere ich mich um den Rettungsdienst. Ja. Verabschiedet haben wir uns natürlich schon. Ja. Erwarte Befehle. Ja. Erwarte Befehle. Trotzdem wollte ich noch. Trotzdem wollten wir noch kurz den Einsatz an Dock mitnehmen. Und ja. Trotzdem wollte ich, es hat dir gefallen. Und ich würde sagen. Na, wenn ich gleich fertig bin. Weeey. Wenn wir gleich fertig sind, dann. Warte Befehle. Warte Befehle. Warte Befehle. Warte Befehle. Warte Befehle. Hörst du mal ein kräftiges Winke Winke. Okay. Der ist das Ende per Tal kann reinfahren. Warum hast du zweimal den T5 gleich dabei? Den gleichen? Ja. Deswegen ist da kein Nerf drauf. Dann hat der einen Fehler gerade. Oh Gott. Hier ist nämlich auch einer. Ja, einer hat keinen Notarzt. Der andere hat einen Notarzt. Das ist total komisch. Warte Befehle. Verstanden. Oh, bei den T5 waren die Thornbounds. Höre. Eins. Drei. Ja. Drei. Zwei. Drei. Vier auf T5 fahren bei uns noch rum. Bin dabei. Okay, du brauchst einen Doktor. Was geht's? Alles klar. Warte, wie du das? Geil. Bin bereit. Das jetzt in real life, mein ich. Ah. So. Dann. Hau ich den hier mal weg. Perfekt. Perfekt. Lade ihn ein. Dann haben wir den Waldbrand beendet. Was gibt's? Wird gemacht. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Ciao. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.